Heute verlosen wir eine Akustikshow und dafür brauchen wir eine Glücksfee. Glücksfee! Willst du den glücklichen Gewinner zählen? Oh ja, ich will! Bitteschön! Abracadabra, Simsalabim! Wo gehen denn heute oder in ein paar Wochen Eternal Tango hin? Und gewonnen hat die Sina, die ist 17, aus Bitburg! Herzlichen Glückwunsch, Sina! Bitteschön!